Mein Name ist Hermann Oberhauser. Ich bin 55 Jahre alt, bewirtschafte den Betrieb Gutweid Moos im wunderschönen Chiemgau. Ich baue seit dem Jahr 2000 für die Firma Salus Bio-Grünenhafer an. Gesunde Wurzel, Blattmasse, Ernte beim Schossen. Die Ehre spitzt ein bisschen aus der Pflanze raus. Das kann mit der Ernte begonnen werden. Unsere längste Strecke aufs Feld ist von der Verarbeitung ein Kilometer und hat dann eben auch keine langen Transportzeiten zur Trocknung. Ab und zu kauft man sich diese Sachen, die man herstellt und man freut sich immer, wenn man irgendwas in den Legalen findet, was von hier ist.